Willkommen zurück, Let's Play Lightning Returns Final Fantasy XIII. Ich habe den Namen dann raus. Ich hoffe, dass sich die Grafikfehler, die sich im letzten Video eingeschlichen haben, jetzt nicht mehr stattfinden werden. Und ich werde mich jetzt hier nach einem langen, langen Gespräch mit Hope dazu vergnügen, wieder zurück in die Welt runter zu wandern und werde mal gucken, was es da so wundervoll ist, für uns gibt. Mhm. Hm, ich habe es gerade gesehen. Die Probleme sind nicht weg. Das ist ziemlich kacke. Ich werde mich jetzt erstmal ganz kurz um diese kleinen Problemchen kümmern. Bis gleich. So, ich probiere es nochmal. Bisher lief es eigentlich ohne Probleme. Jetzt wollen wir mal nach Nova Cresalia düsen und gucken, was da so abgeht. Es ist die Kapitel des Weltes, oder was bleibt von es. Ich werde dich in eine in-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn. Das ist gut, aber du musst trotzdem sicher bleiben. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, woher das ist. Luxerian, eine berühmte Metropole, die Divine City of Light in der Holy See of Salvation. Es ist die letzte Bastion der Frieden und Ordnung in einem Todesmögen. Die meisten der Menschen hier leben die Heiligen Bedevelze. Die Stadt ist geordnet in der Name von einem starken religiösen Sekt genannt als die Order of Salvation. Die Gäste glauben in der ultimate Redemption, und ihre Hoffnung hilft, die Fires der Hoffnung zu bleiben. Aber sogar in dieser piousen Stadt, eine Schmerz lurks untoucht von Divine Light. Eine Heresie, die die Geist der Sprache der Supreme Bedevelze. Das ist eine andere Mädchen. Wie schrecklich. Ich glaube, es ist die Heretik, die sie tun. Die Divine City, die jetzt nicht so wunderschön sind. Das war kein Verzweck. Die Frau hat hier geblieben. Licht! Hilfe! Hilfe! Keine 필요. Nur ein Dummy. Hope, hast du gesehen, du hast es verletzt? Sie müssen immer noch nahe sein. Meine SENSORS haben überhaupt nichts. Ich schaue eine Suche von der Stadt die Videobeschreibung. Aber ich habe jetzt noch eine Blank. Es geht nicht. Ich werde einfach herausfinden. Luxarian. Die Divine City of Light. Das ist das, was sie sagen? Das Problem ist, die wunderschönen Lichter die wunderschönen Schäden. Beschreibung. Wanken des Daumens. Eine Leiche der jungen Mädchen. Scheiß Fehler hier. Dieses Flackern, das ist echt zum Kotzen. Ich nehme den ganzen Kram hier an. Ich werde diesen Part jetzt noch zu Ende machen und mich dann auf Fehlersuche begeben. Lass mal gucken, was der Inquisitor da drüben zu sagen hat. Inquisitoren sind meistens freundliche Gesellen. Lass mich nicht zu. Lass mich nicht zu. Luxarian ist die Stadt der Divine Light. Doch es hat den Mörder von drei Mädchen in drei Tagen gesehen. Die Menschen sind faszinierend faszinierend. Das ist ziemlich ulkig. Ich meine, wir haben erst Vanille gesehen. By forming a bond with them, you can lead their souls to salvation. Ah ja, da ist eine Leiter. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir da oben finden. Ah ja. Hier haben wir sogar eine Kiste. Gucken wir mal, was da drin ist. Los, öffne. So, Kämpfer-Emblem erhalten. Schön. Eine Karte haben wir doch sicherlich auch. Aha, Viereck. Wow, ist das ein Gebiet? Aha, wir können zum Südbahnhof wandern. Sammle Hinweise zum Tathergang. Haben wir da irgendwas? Hm. Na gut. Hoppla. Das wollte ich gar nicht. Jum. So, wo ist denn diese Puppe? Hier war die Leiche. Die Puppe wurde jedoch irgendwo runtergestoßen. Ja, das wissen wir doch schon. Oh, was ist das denn hier? Mal gucken. Ein Flugbad, äh, auf dem der Schrift Etros geschrieben steht. Die verdammte Erlöserin wird durch die Hand des Schattenjägers sterben. Aha. Wertvolle Informationen erhalten. Ich werde durch den Schattenträger sterben. Was ist denn mit dir hier? Was ist denn mit dir hier? Ich bin auf dem Schattenjäger gestoßen und ich warte für meine Rückmeldung, aber er hat ihn nicht gezeigt. Er hat schon lange vorgebracht, aber nicht so schlecht wie das. Du wirst dich überraschen, oder? Er mag, dass er ein schwerer Mann ist, aber er ist nicht überhaupt, ehrlich gesagt. Sein Name ist Holmes. Wenn du ihn überraschst, mach mir ein favorit, bitte? Sag ihm, Thornton ist überrascht und er muss nach Hause gehen. Okay. Wenn ich jemanden in Uniforme überwinden, wo sie nicht sein sollen, dann spreche ich mit ihnen. Die Diskussion muss vor 6 Uhr morgens abgeschlossen werden. Das ist ja schön. Das freut mich. Was hatten hier die Herberge zu sagen? Ein Mensch, der Savior, wird in den Händen des Schattenjäger sterben. Das ist sicherlich ein interessantes Statement. Ich habe von einem Schattenjäger gehört, der hier im Hotel zu bleiben war. Der gleiche Schatten hat mir gesagt, er ist der Herr von dieser Band von Fanatikern. Aber ich weiß nicht, wer er wirklich ist. Oder war. Auf jeden Fall. Es ist gar nicht überraschend, dass die Leute denken, dass diese Etro-Fanatikern hinter diesem recenten String von Mördern sind. Aber ist dieser Mann, den sie den Schattenjäger nennen, derjenige, der seine String? Das war eine wertvolle Statement. Ich bin sicher, dass der Inquisitor die Informationen nutzen kann. Ah ja, der Inquisitor kann damit vielleicht viel anfangen. Na ja, dann gucken wir uns doch mal den Inquisitor nochmal an. Hallo Inquisitor! Nein! Interessant, sehr interessant. Ich denke, das ist für eine weitere Anfängerung. Danke, dass du das, was du wissen möchtest. Lass mich wissen, ob du mehr lernen möchtest. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. So, wollen wir mal weiter gucken hier. Wo könnten hier noch Informationen versteckt liegen? Aha, einer, der da hinten in einer dunklen Gasse rumgeistert. Du da! Bleib mal stehen! Warte mal, ich weiß nichts über den Schattenjäger, ich versuche zu Gott. Ich habe keine Schattenjäger, aber danke für den Tipp. Wer ist er? Du sagst mir, dass du nicht wissen, über den Schattenjäger. Lorde der Schattenjäger, Schattenjäger, Hero für die kleine Leute, King der Waren. Obwohl, es ist nicht so, dass ich ihn tatsächlich selbst befinden. Ja, sicher, ich habe gesagt, dass ich alle Schattenjäger sind, aber komm, es war einfach nur ein Gespräch. Ich habe nie gedacht, dass das so passieren würde. Das ist auch mal eine gute Information. Hast du da hinten auch nochmal eine Info für mich, oder was? Naja, wenigstens eine gute Tat von diesen komischen Schnöselzieren. Sie sind bereit, andere Bereiche zu öffnen, wenn sie progressiv in dem Fall machen können. Es wird ein Winn-Winn. Flüchtender Mann, habe ich schon gesprochen. Was ist denn da oben eigentlich? Gucken wir doch nochmal hier hin. Hm. Ich habe eine gute Übersicht. Eigentlich muss man doch dort voll verhaftet werden, weil man sich absolut auffällig hier, ähm, verhält. Aber na gut. Man sieht es halt eben nicht so eng. Ist hier im Kaugummi-Automaten etwas? Nein. Hast du was gesehen? Sprich mit mir, Zeitungshändlerin. Oh, du bist ein Händler. Oh, du bist ein Händler. Hm. Noch mehr Informationen. Gib mir mehr Input. Gut, okay, dann reden wir nochmal mit Inquisitor Estheim. Wo ist er denn? Ah, der hinten geistert da jetzt rum. Ach, am Telefonieren. Ja, klar. Danke für deine Hilfe, früher. Was ist das? Du hast mehr Informationen für mich. Ja, das ist gut. Versuch es ins Bahnhofsgebäude. Gehen wir mal hier hin. Aha, da kommen wir durch. Was ist mit dir? Ach so, ja, das kennen wir. So, du lässt hier keinen mehr durch. Sehr gut. Hey, Lady. So, diese Heretiker, sie glauben in die Goddess, right? Sind sie alle schlechte Menschen oder nur einige von ihnen? Diese Heretiker sind immer hier immer hier, du weißt. Sie sind leicht zu sehen. Sie tragen weiße Klappen und schütteln zusammen, mutteren Sachen über Oracles. Du weißt, sie schauen immer an irgendwelche Frauen, die bei uns gehen. Hä? Wertvolle Informationen erhalten. Juhu. Super. Ich bin ziemlich sicher, dass der Inquisitor die Informationen benutzt wird. Ach, dieser doofe Inquisitor, der kann mich mal. Ich war schon immer nicht gerade ein Freund der Inquisition. So, aber an dieser Stelle jetzt aber dann erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play. Lightning Returns, Fightin' Fancy 13. Bis denn und so. Und ich hoffe, dass dieses Flackern demnächst wieder aufhört. Bis denn. Und ich hoffe, dass dieses Flackern demnächst wieder aufhört.